Eine Woche nach ihrem Goldkuh bei der EM in Berlin hat Sperrwerferin Kristin Husong ihre starke Form bestätigt und beim Tumorwerfertag den nächsten Sieg gefeiert. Die 24-Jährige setzte sich im Erzgebirge mit dem Meeting-Rekord von 65,07 Metern vor Vize-Europameisterin Nikola O. Grodnikova aus der Tschechischen Republik 64,34 durch. In Berlin hatte Husong Kla mit 67,90 Metern vor O. Grodnikova 61,85 gesiegt. Die frühere Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz vom LV Erzgebirge in Berlin-Zeite siegte bei ihrem Heim-Meeting mit 18,84 Metern. Ihr zweimalige Kugel-Weltmeister und EM-Dritte David Stoll egalisierte mit 21,62 Metern seine Saison-Bistleistung, musste sich aber dem amtierenden Weltmeister Thomas Walsch aus Neuseeland 21,71 knapp geschlagen geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017